Achso, ja, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück bei Harvey's Q. Wie heißt das Spiel nochmal? Demonical, glaube ich, ne? Demonical, ja. Keine Ahnung. Irgendwie soll so sein wie DBD, 4 Survivor, ein Monster, ähm, und momentan ist... Das ist echt hässlich. Curry, du siehst aus wie du. Alter, es ist einfach ein Typ, der blonde Haare hat. Nein, das sieht wirklich aus wie du. Wie ist das hier? Richtig mal, bitte. Warte, warte. Geht das so? Das sieht schon. Aber die Hose ist schon nice. Ja, ich habe meine Hotmail. Du darfst packen? Das bin ich, ja. Oh, 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 okay. Ja. Ich dachte, das wäre Tobi oder so. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen uns vorher über das Spiel formieren, bevor wir aufnehmen. Also, cool. Tschüss. Das machen wir aber eh nie. Warum ist hier so ein... Hä, warum ist das schief? Okay, irgendwas... Tobi, ey, Curry, Curry, komm mal her. Tobi, mach die Tür zu schnell. Komm mal her. Was ist denn da los? Oh, ja, geil. Was kostet das? Guck mal, siehst du das? Hä? Ähm, ich glaube, hier ist was in der Nähe, Pan. Ja, wenn ich Q drück, dann stand da... Achso, I, was hast du... Ja, I, was machst du mit deiner Hand? Ich glaube, das ist nicht gut, Pan. Ich glaube, wir sollten hier weg. Ja. Da! Oh! Und was ist denn, Pan? Oh, ich hab in dem... Ich hab was gehört. Nichts schon gut. Tobi, hast du auch was gehört? Äh, Pan, bist du gerade gestorben? Ja, ich glaube schon. Aber es ist... Kannst du mal zurück zum Haus kommen? Ich hab einen Schrei gehört. Ja, ich hab's gesehen. Draußen läuft jemand. Pan, du bist das Monster, du Arschloch. Kannst du nochmal zum Haus kommen? Willst du mich verarschen? Ich hab dich genau gesehen. Hä, ist jetzt keiner das... Alter, Pan, du bist eine Sau. Warte mal. Hä, wie können wir dich umbringen? Hä, warte mal kurz. Humans will win once of the time of the time of the time of the time. Achso, nach der Zeit... Boah, ist das gering hier. Wo bist du? Das kann ich nicht sagen, weil Pan in der Nähe ist. Hä, wie? Achso. Ich dutz noch Tab. Oh, warte. So seh ich übrigens aus. Aber ist das bei euch auch so extrem neblig und so hell? Ja, das ist mega krass. Man sieht kaum... Also es ist so dunkel gerade. Entschuldigung auf YouTube, das ist wahrscheinlich noch dunkler. Oh nein. Tobi, ich bin tot. Man kann halt die Taschenabba anmachen, aber... Die gehen irgendwann aus. Man hat nicht... Man hat begrenzt Batterie nur. Hä, was war das denn? Oh mein Gott. Sag mal... Erik, alles gut da draußen? Ich bin nicht sicher. I'm not entirely sure. I'm not entirely sure. Boah, es ist voll dunkel. Man sieht gar nichts. Ruhig. Krass. Ähm... Okay, ich kann leider auch nicht einschätzen, was das Monster sieht. Ich versuch gerade... Ja, ich habe auch keine Ahnung. Kann ich da rein? Ähm, ich meine... Natürlich, ne? Weißt du denn das? Nein, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Hä? 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 Nein, äh... Was passiert da hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Hast du den Erik gerade gekillt? Ja, aber ich dachte, der wäre drin. War der nicht da drin? Haben wir irgendwie... Nee, da war er nicht. Ey, Tobi. Warte mal, Curry. Was passiert jetzt? Ich sehe gar nichts mehr. What the fuck, Alter. Ja, da fliegt ein Glühwürmchen rum. Was ist das? Ja, da musst du hin, Tobi. Ich bin's, das Spermium. Was ist da drin los? Also, wir probieren's gerade aus. Wir hatten Probleme, in die Lobby zu kommen, deswegen... Das Spiel ist gerade... Also, es war der allererste Release. Ja, allererste Release. Noch sehr buggy und so. Also, alles, ne? Also, ja. Ja, kann man ja machen. Ich würde mal interessieren, was wir halt jetzt finden müssen hier. Oder müssen wir einfach nur warten, bis die Zeitende ist. Man kann doch bestimmt auch irgendwelche geiles Zeugs gucken. Ach, ich kann auch fliegen. Oh, ich kann fliegen. Wie fliegen? Also, Erik ist jetzt tot, ja? Ich bin ein Spermium jetzt. Du bist ein Spermium. Du kannst dann jetzt hier rumfliegen, oder was? Wer ist denn das da hinten? Da ist noch ein Spermium. Was? Oder was ist das? Hat er das Spiel geübt, oder was? Ja, ja, dir klar. Ja, würde ich aber auch ganz klar so behaupten, eigentlich. So, wo bist du eigentlich? Wollen wir uns nicht mal treffen, Alter? Nee, warte mal. Ich hänge hier die ganze Zeit im Haus, weil die Partner die ganze Zeit rum eiert. Ja, dann machst du da. Ist sonst noch jemand ein Glühwürmchen? Humba, 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 Humba. Heiliges Schrein von Scheinungs. Hallo? Hä, ich sehe manchmal andere Glühwürmchen, aber ich... Ach, stoppiii! Ja, 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 mach die Tür auf. Ich komme da nicht rein. Du bist ja nackt, Pan. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du mal bitte einmal auf... Was bist du denn für ein Hessloden, Alter? Mach mal auf hier. Ich habe kein Penis. Wie hoch kann Pan denn springen mit dem Viech, Alter? Alter, wann? Nee, kannst du mal bitte einmal kurz die Tür aufmachen? Oh, ich kann die Tür aufmachen. Oh, Alter! Was war das denn? Tobi! Tobi! Wo bist du, Tobi? Ich weiß nicht, ich bin irgendein Loch hinter mir. Aber Tobi, aber Tobi, aber Tobi, oh Gott, 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 Gott. Oh, Alter! Tobi, komm mit! Scheiße, was? Was passiert da gerade? Ich will es gar nicht. Oh mein Gott, ist es insgesamt zufrieden. Tobi, Tobi! Geh mit, Tobi! Wie neun! Boah, im Himmel, der... Der Mundrede, Alter. Okay. Boah, wie heftig. Also wenn ich jetzt die Zeit überlebe, habe ich gewonnen, ja? Oh mein Gott, was siehst du denn hier? Also für Leute, die selber spielen wollen, ähm, es bringt nichts, wenn man so eine Freundesrunde macht. Ihr müsst alle zusammen, wenn ihr zu viel seid, Joint of 1 Server, dann geht es. So, anders konnte man nicht spielen. Ist momentan noch sehr buggy alles. Huah! Pan, siehst du uns eigentlich jetzt hier rumfliegen? Nee. Aber ich seh Pan, ich weiß immer, wo Pan ist. Ich weiß auch, wo Pan ist. Oh mein Gott. Müsste eigentlich gerade hier sein. Oder war gerade hier. Ich bin hinter ihr gerade. Was war das? Ah, okay, jetzt aber auch gerade geleuchtet. Gibt es vielleicht zwei Monster? Also zwei Demons? Ich glaube, es gab nur einen, oder? Ich hab gerade auch so ein... Gehört. Ich bleib hier die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit weg. Boah! Boah! Alter Pan! Das ist ja krass. Das kann ja richtig geil sein. Also hör mir, wenn du... Wenn du da was hörst, Curry, ne? Hau ab! Oh oh. Wobei eigentlich bring's nix, wenn du abhaust. Ja wahrscheinlich ist es dann schon zu spät, oder? Pan springt weiter als Usain Bolt. Ich kann hier so den Vision anmachen, die macht zwar ein bisschen heller alles, aber irgendwie... Mach doch die Television an! Ey, Tobi! Boah! Ah, typisch Pahn. Ja, ihr molle Tage, Mann! Hör mal, Alter! Das ist Regelmonster! Hey, was ist das denn hier? Das geht mir alles ein bisschen zu schnell hier! Also erstmal, ich muss hier irgendwie... Oh, geil, Brüste! Also irgendwie ist... Ähm... Ich hab ja T-Ring drin, ist das normal? Also dauernd aber extra... Tobi, äh... Curry, was denn? Ich glaub, das ist real, ja. Ich glaub, das ist... also ist normal. Ah, okay. Komm mir grad vor. Es hört sich halt, egal wo man ist, immer so an, als wenn die Pahn einfach um die Ecke ist. Boah! Ich wüsste halt immer, wo Curry ist. Schade, dass man das nicht sieht. Ja, ne? Ist sowieso komisch. Ich glaub, ihr würdet es sehen. Ja, das war den Namen nicht angezeigt. Achso, doch, warte mal. Ich glaub, man bekommt den Namen angezeigt. Warte mal. Was ist los? Das ist Erik, der da hinten fliegt. Oh mein Gott, Pahn, bitte, ey, sein... Es wird zu ruhig. Sieben Minuten hab ich noch. Höh! Was? Nichts. Wo ist der kleine Pahn? Nichts, alles gut. Ich glaub, ich sollte hier weg. Corriso Strich, ja, wo bist du? Ich glaub, ich sollte... Pahn läuft das jetzt hier die größten Eier on Earth, ey. Ja, so würd ich aber auch laufen, wenn ich das Monster wär. Boah, mit dem Monster würd ich erst mal breitbeinig in der Bahn sitzen, ey. Hängenderhoden.de Hashtag Monsterspreading. Ja, hallo, Pahn. Hä? Wie hoch, Alter. Krass. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Ich weiß nicht, aber muss man einfach überleben, oder was? Ich glaub schon, Pahn, oder? Was stand denn da bei dir am Anfang? Ne, ne, du musst irgendwas sammeln. Also, Curry, du, weil wir hier so... Was ist das denn? Ah ja, das ist diese Kinderpuppe schon wieder. Ist ja furchtbar. Die hatte ich vorhin auch. Als ich getestet habe. Was? Du übst? 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 Das ist nur so ein Übstheft. Aha, aha, aha. Was? Huch. Was denn? Nichts. Oh, ich glaub, Pahn hat dich gewittert, Curry. Nein, 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 nein. Sag mal, Tobi, siehst du das Licht da hinten auch? Ja, ist das vielleicht? Ja, ich, ich flieg mal hin, würd mich mal interessieren. Okay, Pahn, äh, weiß ich, ob die das auch sieht, weil die läuft da grade... Also, uns sieht Pahn nicht. Wir können hinter Pahn die ganze Zeit herlaufen, die sieht uns gar nicht. Aha, aha. Du hast mich als, als Glühwärmig hast du mich auch gesehen, ne? Ich hab dich auch gesehen, ja, ja. Warte mal, wart ihr das jetzt, oder? Nein. Ja. Vielleicht. Eventuell. Was ist hier los? Oh, oh. Könnte es sein... Daddy ist da! Scheiße. Was? Ist schon gut. Oh, hier ist es am Strand, das ist ja noch unheimlicher. Ich find Strände bei Nacht irgendwie unheimlich. Ja, mit dem Lager vollen Gitarre ist halt echt geil. Geil. Und dann kommt so ein Wassermonster aus dem Meer raus. Ja, nice. Und dann kannst du, kannst du braten und dann gibt's erstmal Fischstäbchen. Oh, schön. Hä, wo ist Pahnes hin? Pahnes, glaub ich, der andere weiße Punkt da hinten jetzt, oder? Pahnes, glaub ich, der andere weiße Punkt da hinten jetzt, oder? Kannst du eigentlich die Lichter sehen, wenn die rumdüsen? Nee, nee, kann sie nicht. Ich bin mir nicht sicher, da waren gerade Lichter, aber ich glaub, das war's du. Also, wenn sie hellblau sind, wie sag da ich. Hä? Ja. Ich bin doch gar nicht in der Lobby. Wie, du bist nicht in der Lobby? Hä? Hä? Was? Hey, ich bin doch nicht in der Lobby, hab ich doch gesagt. Wie, du bist nicht in der Lobby? Achso, du Arsch. Lass ihn nicht verarschen. In welchem Loch kauert der denn schon wieder? Das kann echt interessant werden. Muss doch das sein, oder? Wir wissen übrigens nicht, wer hier das Monster wird. Das ist random. Einer wird von so einem Virus befallen. Random ist es? Boah, ey, du kannst jemanden ja so richtig... Alter. Hä, aber Pan, konntest du nicht an dem Portal, also an dem Dings das aufnehmen? Ja, ich hab da was gesehen irgendwie und dachte, ich geh da hin, aber... Geh weg. Ah. Geh bloß weg. Psst, psst, hey. Psst, hey. Hallo. Hallo. Hier ist deine Seele. Ich bin dein Waldlicht. Ich wollte hier heimleuchten. Du bist Tinkerbell. Machst du den nicht hin mit deiner großen Keule. Mach, dass ich fliegen kann. Vorsicht, du bist weggegangen. Ihr könnt, ihr könnt mich... Ich glaub, ihr könnt mich auch töten, ne? Das hatte ich, äh, wollte ich nur mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Also man kann hier wohl auch Waffen finden und so, aber... Das Geile ist, du kannst mir halt Licht geben, ne? Ich geh baden. Ich geh baden. Ich bin groß, wenn ich in Wasser gehe. Nee. Wie süß. Ich bin wasserfest bis 10 Meter. Toll, jetzt hast du gesagt, wo ich bin. Hä? Ja, natürlich. Waren hier ist kein See. Nein. Gibt's nicht. Nein. Der Map ist aber ziemlich groß, ne? Hä? Oh, es gibt mehrstöckige Häuser? Cool. Das wusste ich gar... Oh. Wusste ich gar nicht. Boah, das ist groß, ne? Krass. Hä? Hä? Oh! Ähm. Curry? Kommst du mit? Nein. Propos. 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 Alles gut. Okay. Kommst du. Das müsste doch irgendwo hier sein. Ich hab's doch gerade noch gesehen, das Licht. Oh, oh. Und was ist das? Ein mehrstöckiges Gebäude. Ach, Quatsch. Das kann nicht sein. Du 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 Ja? Ja? Hey Tobichen! Alles gut. Wo? Warte. Okay. Kann ich ein Deal machen, dass wenn wir uns treffen einfach... Also ich hab diese Vision die ganze Zeit tatsächlich an. Mhm. Mhm. Was musst du denn wischen? Die Küche und zwar zackig. Ich erkenne. Mhm. Also wenn die Zeit abgelaufen ist, hab ich gewonnen, oder? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, das ist unsere erste Runde. Wir haben jetzt einfach nur aufgenommen, damit wir ein bisschen was vom Spiel haben, weil wir auf der Lobby einfach alle gleichzeitig auf Find Match gedrückt haben. Genau. Anders geht's leider nicht. Genau, genau. Will da jemand rein? Nö, 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 nö. War das mit den... mit diesen Fischen? So sieht's normal aus? So sieht's damit aus? Äh, achte mal auf das Ding. Achte mal darauf, Erik. Ähm, ja? Komm mal zu mir und dann schau mal weg oder so. Also... Ich glaub, da passieren Dinge mit der... Oh na. Da... Hä? Siehst du? War die Arme grad weiter oben? Weiß ich nicht, aber die waren auf jeden Fall... Also grad sah die noch anders aus. Okay, warte. Ist doch schön. Puppen, oder was? War geil. Nö, nö. Nö, nö. Siehst du? Sie hat's schon wieder getan! Hä? Ich will auch gucken! Der andere war grad oben. Hast du gesehen? Ja, ja. Geh mal lieber da weg. Du musst... Mit deinem Feenstaub musst du mir helfen. Du musst... Okay. Ich bin hier. Achso, ja, ja, ja. Hier bist du. Warte, da ist... Was? Bin mir nicht sicher... Was? Ich bin mir nicht sicher, oder? Was denn? So süß, wie du da so rumfliegst mit dem kleinen Ding. Juh, 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 juh. Kann ich... Kann ich eigentlich? Ich fall immer runter. Meine Seele hat Gewicht. Jetzt zerquetscht dir dich so, weiße. Meine Seele muss Low Carb machen, die ist zu fett. Aber das... das Gute ist halt, ihr könnt euch das Spiel nochmal angucken, ne? Das stimmt. Aber oben rechts steht ja auch genau deutlich hinter der Kamera... Oh! Was? Ih, 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 guck mal, ih, 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 ih. Hä? Guck mal das Gesicht. Ich kann... Ich kann... Die Kamera ist bei der Seele so scheiß... Ach, jetzt. Ah, ist halt... Ne, ist... Ist okayer Typ. Ist okayer Typ. Hashtag Ehrenmann. Okay, 14 Sekunden noch. Ich find euch nicht. Die Sonne geht auf. Dabei war das doch grad so viel versprechen. Ja. Aber es ist so wischiwaschi. Irgendwie braucht das Spiel mehr Kontrast. Du hattest deine Momente. Ey, kein Problem. Mann, ey. Ich weiß nicht. Kannst halt... Werde dich wütend! Einstellen oder so, ne? Was ist jetzt los? Oh, guck mal, ich hab gewonnen. Ja, super! Ey, geil! Ja, äh... XP gibt es bald. Guck mal. Aber Parts... Parts collected null. Das heißt, wir müssen irgendwas sammeln und irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Das werden wir schon. Wir haben auf jeden Fall irgendwie, äh... Auf unserer Hand so einen Schlitz. Irgendwie so einen Schnitt. Wahrscheinlich haben wir... Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Dämon damit beschworen haben oder so. Aber guck mal, wir waren jetzt zu viert. Oder? Ja, wir waren echt zu viert. Stimmt. Das geht also doch. Ja, natürlich. Exit to Lobby und dann probieren wir nochmal. Exit to Lobby, ne? Yo. XP coming soon. Geil. Nehmen wir mal kurz aufs Settings, Video... Ah, ich kann das noch nicht machen mit... Ja, man kann halt gar nichts machen. Gar nichts. Du kannst halt wirklich nichts einstellen. Also hosten funktioniert nur, wenn ihr wirklich zu fünft seid. Hier. Ansonsten näht er sich halt tot. Der wartet halt ewig auf einen anderen Spieler. Da kommt einfach niemand. Ja. Okay, wollen wir nochmal auf drei versuchen? Auf drei, ja. Machen wir nochmal auf drei, alles klar. Wie behalten wir allen bei der Zeit? Voll geil, weißt du noch? Ja, geil. Okay. Seid ihr alle ready? Ja. Tobi, bist du da? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. So. Das ging schnell. Ja, das ging sehr schnell. In der Lobby. Geil. Sind wahrscheinlich die einzigen, die gerade testen. Ja, wahrscheinlich. Der Spiel kam heute erst raus. Boom. Vier von fünf. Bei mir ist Miraculous Ladybug und Bang. Also ich bin leider in einer Lobby gelandet. Oh nein. Ich bin mit Haaren in einer Lobby. Ja, ich bin mit Tobi. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ich bin mit Twisted Bit. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal raus. Hier wieder. Alles klar. Entschuldigung, disconnect now. Entschuldigung, ich bin ready. Ich bin ready. Ähm. Reit? Disconnect. Lass mich in Ruhe. Der hat Disco aufgemacht hier. So, warte. So jetzt aber. Okay. 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 Eins. Zwei. Drei. Okay. So, da ist es wieder. Mal gucken, was hier passiert ist. Ich bin gespannt. Vier von fünf. Ja, vier von fünf bei mir auch. Komm Spi, mehr kommt da nicht. Mehr kommt da nicht. Mehr kommt da nicht. Mehr gibt es gerade gar nicht. Early Access. Also Alpha. Da gibt es gerade keine Spieler. Mehr gibt es nicht. Also ich habe noch schwarzen Bildschirms. Ja, ich auch. Waiting for Players. Und vier von fünf, ne? Ja, Pandoria kommt. Ah, geil. 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 Und irgendeine Exe hat noch. TryEdge.exe. Ach, okay. Wir müssen das lesen, was am Anfang steht. Ganz kurz. Tobi, bist du in unserem Lobby? Ja, ja, ja. Also ich habe euch zumindest gesehen. Halt mal Q gedrückt. Dann wisst ihr immer, wann ich in der Nähe bin übrigens. Also hier ist Pandoria. Hallo. Wo? Oh, geil. Hallo. Wir müssen da irgendwas machen in diesen... The Cut, guck mal. Drück mal Q. Halt mal Q gedrückt. The Cut will light up in the... Da. Das heißt, der Tobi ist das Monster. Ja, warte. Wir müssen in die... Wir müssen in die Richtung. Ah, dann sind die Parts in der Area. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, Moin. Dann müsste hier so ein Part drin sein eigentlich. Ne, Ritual Bones glow red and blur your vision. Okay. Kann ich irgendwas machen mit den Ritual Bones? Hier vielleicht? Da laufen noch zwei Leute. Ah, ich hab was! Was denn? Ich weiß nicht. Warum kann ich das nicht nehmen? Also... Hä? Tobi? Kannst du das nehmen? Ich hab's genommen mit E. Ich hab irgendeinen Part genommen. Ich hab einen Stock genommen. Jetzt? Also ich hab das so gemacht. Flackert das Ding bei euch auch? Ja. Oh, dann könnte aber das Vieh in der Nähe sein, ne? Oh, ihr könnt auch Schubladen aufmachen. Ähm, wenn ihr Kuh gedrückt halt, dann kommt ja so die Hand, ne? Wenn ihr euch so dreht, dann pulsiert die Hand irgendwann. Eine bestimmte Richtung. Und da, die leitet euch quasi zu den Parts. Dann sollt ihr nämlich die Häuser durchsuchen. Wer bist du? Aha. Achso, ich bin mit diesem Exo-Typ hier. Alter, ich hab ne Pistole gefunden, Mann. Was? Oh, ich hab noch einen Part. Hä? Aber du bist doch ein Monster. Wie nutzt du die Pistole dann? Toll, jetzt bin ich tatsächlich Monster. Das ist doch für ein Arsch. Wenn man weit weg ist, wenn man weit weg ist, kann er uns sehen. Ja, und wenn man näher rankommt, verschwindet der Punkt plötzlich dann. Ne, das ist ja immer so ein Zini-Punkt. Mann! Ich hab ne Pistole gehabt, verdammt. Wieso bin ich jetzt Monster? Ah, dann ist das doch kein Part. Dann ist das irgendwie... Toll, Tobi, toll. Irgendwas ist das jetzt? Ah, ich hab ne Headlamp. Ich hab quasi jetzt ganz viel Licht. Wo hast du das gefunden? Boah, ist das laut. Hier ist noch eine, bei mir im Haus. Also ganz am Anfang, wo ich gestartet bin. Ich muss ein bisschen aufpassen. Huch. Da liegt einer auf dem Stuhl einfach so rum. Okay. Wie ist das als Monster? Sieht man besser im Dunkeln? Also hat man da einen besseren Überblick? Oder ist das auch im Dunkeln? Du hast so ne Red Vision quasi. Da sieht man schon besser, ja. Ah, okay, okay. Deswegen hab ich mich gut gefunden unter dem Haus damals. Ne, ne, da hab ich dich gar nicht gesehen, weil du in der Nähe warst tatsächlich. Was hab ich hier? Ja, genau. Wenn man in der Nähe ist, dann musst du noch mal selber suchen. Hä? Oh, ich hab ne Branch. Das ist ja cool. Ja, was kann ich da nicht damit machen? Also man findet schon Items. Das ist schon mal ganz geil. Wie gesagt, in den Schubladen sind halt teilweise auch echt Pistels drin, ne? Voll krass. Okay, das ist sehr cool. Ähm. Was? Nichts. Ich hab hier was gehört. Was denn? Oh, ich flackert. Mein Coo flackert. Ich muss hier weg. Aaaah, Tobi! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Warum bin ich immer zuerst tot? Warum bin ich immer zuerst tot? Alter, du trinkst mich ja. Nein! Ich will nicht tot sein immer zuerst. Ey, komm, bleib mal stehen, Tobi. Ich werd Tobi einfach so wegkneiden. So richtig. Ah, mir übrig halt. Hier. Fanservice. Kannst doch mein Grinsegesicht mal in die Kamera halten. Das ist voll auch süß, oder? Warte, ja, 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 warte. Du siehst ein bisschen aus, du siehst ein bisschen aus wie Alien. Warte, ja? Boah, sieht rein aus. Oder Joker. Ja, sieht aus. War auch ziemlich teuer, das Face. Dann lauf und schnapp sie dir. Okay. Ich wollte dich jetzt nicht aufhalten. Ich wollte mal... Komm und schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir. Schnapp die alle, schnapp die alle. Tobi, ich habe eine Waffe. Schnupp die, schnapp die, schnapp die, schnapp. Was heißt das denn, wenn das Ding so blinkt, Alter? Was heißt denn das? Ja, dass Tobi in der Nähe ist. Echt jetzt? Ja, ja, dann ist deine Nähe bei dir. Oh, das ist ja doof. Oder so ein Part, warte mal, oder so ein Part ist in der Nähe. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Das kann auch sein. Was für Parts? Oder meinst du mit Parts einfach, dass man hier die Items finden kann? Waffe und sowas alles. Okay. Eins, zwei, Tobi kommt vorbei. Was ist das? Wer ist das? Was denn? Hallo. Oh, hallo. Hallo. Ich bin ein Headlamp. Das ist ja süß. Ja, so sieht das alles aus. Dann kannst du ja hier alles überblicken. Du hast ja keine Klamotten an. Nö, warum? Das ist ein freies Land. Ja, geil. Der Mann schon stirbt, ne? Darf ich das überhaupt noch gut finden? Darf ich das überhaupt noch gut finden? Was denn? Hast du keine Klamotten anders? Oder bin ich... Nein, du bist Abfall, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Du scheiß Abfall. Entschuldigung. Finde ich aber auch mal gut, dass es jetzt gesagt wird. Ja. Also, es wird auch mal Zeit. Ja, endlich mal. Was willst du machen? Scheiß Männer, wer braucht die, ey? Ich beschwenker mich selber. Sollen die Scheiße jetzt hier? Was ist hier los? So. Herr Curry, beruhig dich bitte, ja? Tobi? Ey, was war da? Hast du wieder gefurzt oder was? Hast du gesehen, wie du in die Türen rein kannst? Ja, mit der lecke Maustaste, ja. Okay, das ist... Und die rechte Maustaste machst du auch irgendwas, aber... Das ist schon ekelhaft. Tatsächlich. Ich mach mal mit E. Will ich von der anderen Seite nicht erleben. Mit E? Nee, als Monster kannst du das... Kannst du nicht... Ah, als Monster. Okay. Ja. Was denn? Ähm... Was? Was ist das? Ähm... Ich hab keine Ahnung, was da passiert. Kriegst du das auch mit? Ja. Tobi, bist du das? Hase, Mann. Nee. Hä? Hey, was soll die Scheiße? Oh, was ist das? Kriegst du das auch? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ist es hier? Ja, ja, doch, doch. Hier ist richtig. Boah, das ist wie bei Everybody's Gun to the Rapture, der Erik, ey. Äh... Hier wartet ein Geheimnis auf dich. Ah! Ah! Was macht er denn da? Guck mal! Ach so! Ich weiß nicht, wie das geht, aber... Irgendwie soll man... Komm, wir machen es gemeinsam, Curry. Curry hat seinen Knochen rausgeholt. Ah, Mann. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss... Hä? Was... Warte! Ah, weil man das immer wieder loslässt. Warte mal. Hä? Versuch das mal irgendwie. Hä? Warte, warte. Warte. Hä? Das ist voll schwierig, Alter. Wie soll man das machen? Warte, ich kann... Ich kann sogar mitmachen. Was? Ich kann sogar mitmachen. Plötzlich kommt eine Hand. Ich hab da, glaube ich, einen Bug entdeckt. Puh! Hä? Plötzlich bin ich... Ich wurde rausgeschm... Ne. Hä? Ich schaffe es! Ich schaffe es! Nein! Fast! Okay, warte. Okay, warte. Lass mich kurz machen. Mit der Kraft von... Irgendwas. Hä? Das kann doch nicht sein, Alter! Ich bin noch drauf! Jetzt! Jetzt! Ja! Ich hab mitgemacht als Geist! Ja, geil! Was haben wir... Der Erik ist einfach nur so geil! Was haben wir jetzt geschafft? Ich hab einen Bug gefunden, Polka! Wir müssen in die Richtung, glaube ich, fahren. Ich hab so Schiss, dass der irgendwann durch die Tür... Komm mit, komm mit fahren. Ihr habt den Text auch gelesen auf dem Bildschirm, ne? Hallo! Ah! Wo? Wo ist der? Ah! Hallo! Ah! Boah! Oh Gott! Wo ist meine Waffe? Äh... Ah! Ohohohohohohoho... Komm ich! Hallo, Mann! Hallo, Mann! Nein! Der Geil! Hallo, Mann! Hallo, Mann! Oh, ist das auch bei dir so schwarz-weiß ist ja lo? Wie kann ich denn hochfliegen? Ach ich kann nur springen! Die ganzen Folgen sind nur schwarz-weiß, weil ich ständig tot bin! Ach, du heilige Scheiße! Ach, Curry! Der Curry ist der Letzte! The Last of Us Aber was soll er mit Exo Luke? Nee, der andere ist doch noch da, oder nicht? Nee, der ist ja auch mit uns! Ja? Ja? schon noch rumschleichen sehen also ich habe den nicht getötet der schleichen sagen das war okay dann ja okay okay das ist glaube ich nicht curry da hinten habe ich nur die lichter gesehen und dachte es werden ja ich wollte ja immer was er macht überhaupt also ich wollte ja immer schon mal so date und so aber kannst du dich vorher bitte anziehen nein curry ich bleib genauso ich kann als geist mitmachen aber siehst du hier herkommst wie beim monster euch hat das verraten dieses ding was ihr da gerade gemacht habt ihr gehört ja toby können wir den curry mal eben kurz zum altar lassen weil wir haben ein knochen du kannst du nachher gerne verspreisen aber wenn du jetzt findest töte jemand nicht aber damit was passiert wenn man diese knochen dahin bringen ich habe gar nichts im inventar wo ist denn der curry kann ich denn sachen aufnehmen eigentlich mit e er macht er nicht es ist auch eine lampe oh mein gott ich bin ja beim altar man muss sagen das ist von einem sehr find the rest of the ritual part steht bei mir jetzt ja ich glaube dem muss ich ich glaube ich glaube dass das die leiche vom toby ist eigentlich der andere typ besucht der andere typ sucht das ja das könnte sein kann man den vielleicht wieder auch verwecken hast du beobachte meinen anderen typen der sucht das auch mit kuh die ganze zeit also ist im haus und hält die ganze hand wenn die hand leuchtet dann kann man sich so umdrehen kann man sich anschauen in welche richtung man gehen muss ok pan du bist gerade bei dem typen axel folie genau genau der macht das schon richtig der zeigt uns jetzt wie das geht das ist glaube ich tobi der da springt gerade tobi spring mal kurz ja reicht schon ja ich sehe es schon ich sehe es also es ist early access sehr sehr early access und das team ist ein ganz 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 kleines und ich das konzept schon sehr geil da kannst du was draus machen auf jeden fall curry ich bin das bei dir beim haus was was für ein haus dass du da wo nicht drin ist so ich dachte vielleicht du musst hallo ich muss du nicht auch zum altar eigentlich ich könnte da mal hingehen ja aber ich kann ja auch heimleuchten wenn ich ja die steuerung ist als die steuerung ist es ist halt voll locken hause du hast alles was all meine sache geklaut du arschloch echt man kann die also verlieren mein ne war ein witz na go dann zum altar los ich bin beim altar alter du bist so schön tobi alter ganz ehrlich ja ja geil ne ich bin an die sehne hast du die zähne machen lassen oder muss das so die sind frisch gemacht deswegen sieht das auch noch so aus curry kannst du mal auf taschenlampe wechseln und tobi anleuchten ich habe meine taschenlampe verloren irgendwie ich weiß nicht wo die ist hier unten glaube ich soll ich euch zeigen wo der wo altar ist hier alter ja ok pan ich komme zu euch ich sehe euch da vorne also ich glaube der altar müsste jetzt seht ihr mich hier ich glaube hier hi ja komm mit hi altar ist da drüben geradeaus wie süß hier rumfliegt ey das ist so lustig ey tobi sollen wir den mit anderen ausliefern so spielt man das spiel überhaupt nicht ich glaube von der zeit her reicht das gar nicht mehr ach so ach du siehst mich auch gar nicht stimmt ja ja guck mal hier ist das portal äh das ist der altar ok und jetzt wird ja auch gleich kommen find the rest oder sowas ne ich kann aber halt auch nicht hingehen weil das tut mir weh da hinten echt du kannst hier nicht rein in den altar kann ich nicht da krieg ich schaden ja ok das ist geil oh lol oh ja super also musst du den komplettieren guck mal die knochen die hier leuchten die müssen wir noch finden quasi ok also noch zwei und eine wirbelsäule was hier mit dem messer was muss man hier mit dem messer machen also es ist aber gut zu wissen dass der tobi hier nicht her kann ja das stimmt das heißt nicht dass ich sofort sterbe wenn ich da dran gehe ah das habe ich auch gerade gefunden das glaube ich warte mal ich komme mal ganz kurz dahin oh oh ach krass der hätte sie ach krass ich hab ein bisschen kopfschmerzen aber sonst so sofort tot bin ich nicht ich hab ein bisschen kopfschmerzen und geh so au ach mein bein ach mein bein ist aber cool gemacht hä 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 wo bin ich denn jetzt wo bist du hin tobi bist du jetzt der punkt hier der leuchtende ich bin paralysiert glaube ich ich glaube der hat dich weggebeamt oder weil du zu nah an dem ding dran warst hä warte mal hey tobi komm ich holen komm ich holen tobi aber du bist doch auf der karte tobi ja aber wir stehen danke das war der dämon get to the chopper hab ich dir gerade was abgezogen an äh weil ich hab ja auf dich geschossen ok ich hab den Rest den anderen knochen suche ich jetzt ok der typ betet hier äh die welt der läuft aber nur rum der macht nix ne 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 der macht schon was wenn man als monster zu nah an dem ding dran ist ja wirst du wirst du voll also quasi random auf der karte wieder irgendwo abgesetzt ach krass das ist ja cool ja oder stirbt man und spawnt dann einfach nochmal neu das kann ja kann man aber ordentlich arschloch move machen ne als human stehst du einfach da brauchst nix machen ja aber du kommst ja auch nicht weiter ja du kannst ja auch nicht weiter wobei ich finde da läuft ja die zeit ab das ist ja auch ein bisschen kacke das stimmt das ist echt ein bisschen kacke das ist schon ganz cool aber irgendwie noch nicht so richtig ne 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 ist der knackpunkt das kommt glaube ich noch ne ja eben kann ich hier runterspringen bin ich dann tot ich glaube nicht wir sollten mal zum ich weiß der curry halt nicht der curry ist dann nicht ob der weiß dass das tote mitspieler sind stimmt der sieht so aus als wird der wissen was der tut ja aber der aber der schleicht so komisch die ganze zeit und macht aber der macht aber nichts der hat immer noch die taschenlampe der macht ja nix geh mal zum curry ja das ist ja ne gute idee hey weißt du wo ich bin ja wir sehen auch die punkte immer also die punkte von überlebenden wenn wir wenn die weit weg sind ja quasi genau wie der tobi genau 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 hey tobi ist die richtige richtung ja sicher ja da ist der typ helft so spielt mir das nicht was hast du ihm gerade gesagt du denkst er schleicht halt rum der macht nix da ist der typ nein nein der hat das gerade schon richtig gemacht hast du ihn? ja ich hab ihn über ins haus laufen zu sehen ah ich seh grad du seh grad die beiden punkte hallo bist du erik? gut tag hallo weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich glaube ich wer denn kommt tobi such die beiden mal ja du wirst aber auch nur entkommen weil ich dich entkommen lassen ne ne das alles können weil du scheiße bist tobi alles klar oh sturm ein sturm ein sturm zieht auf hast du einen schirm dabei? nein 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 sieht aber ein bisschen schön aus gerade mit den mit der sonne und wie du da so durchfliegst kann ich mir mal richtig die seele rein waschen lassen mit dem chemieregen hier ja sicher so hier irgendwo muss der curry das sein oder? jo da ist ein bisschen was hast du ihn? ja ich glaube ich hab ihn geht weg von mir die ist viel schöner ja ne cool ne? ach so hier ist das schön wir machen dir licht hallo und wärme wärme dich an unseren seelen curry ich war mal ein mensch ein mensch war ich kann ich irgendwelche emotes machen? hi ich bin radioaktiv hey wir können nicht ducken iss mich auf jetzt drück mal shift shift? ja äh nicht shift äh steuerung hä? ja das macht ja gar keinen sinn meine seele kann kriechen uuuuuh find's cool okay ist ne sehr unterwirf ist ne rotes obi bitte bring mich nicht um auch wenn wir jetzt ne ich finde ich eh nicht mehr vielleicht nicht los hä? achso alles klar parts collected einer immerhin also ich glaube es gibt 5 oder so ne? also so wie das aussah wo hast du den part gefunden? war der einfach beim altar oder wo lag der rum? ne der war ja in dem gebäude da haben wir doch den knochen aufgesammelt nur was ich bemängeln ist dass Gamma hier einfach so hoch ist dass so es fehlt irgendwie mehr Kontrast und es ist zu dunkel und zu matt irgendwie also zumindest wenn es so neblig wird dann sieht man halt gar nichts mehr ne? ja genau sehr mehlig einfach also ich würd ich würd noch ne Folge aufschieben gerne noch ne runde ja ich auch theoretisch ganz cool ich glaube aber diese Field of You achso man kann doch nichts machen ähm ne das ist halt ein bisschen blöd ich finde aber die 5 Knochen finden finde ich ein bisschen hart also dafür dass das Monster weiß wo man ist ungefähr ja ne aber ja gut dafür ist die Map auch riesig ne? also er sieht halt nur die Punkte wenn man weit weg ist also campen ist halt nicht so ne ne also ich hab jetzt auch nichts gesehen dass du irgendwo campst oder dass du ich hab auch keinen weißen Punkt gesehen ja wahrscheinlich war ich einfach zu nah dran dann Tobi an dir das einzige das einzige was ich hab auch von dem Typen wo ich da vorhin gekillt hab keinen Punkt gesehen ich bin ja mal nah dran das einzige was ich gesehen habe war äh die Altare die sieht man aufleuchten ah ok ok na gut ja gut ja schauen wir in der nächsten Folge nochmal ja also hat auf jeden Fall sehr viel Potential das Spiel ich will auch mal jaa kannst gleich auswählen ich will alle essen ok dann geh ich schnell pinkeln und dann gehts weiter so tschüss was tschüss ok bis zur nächsten Folge tschüss tschüss